Wie geht das? Wir haben jetzt heute nochmal experimentiert und ein Lichtbag gefunden. Wow, ein Lichtbag. Geilste Bagg ever. Das ist Hunger, Durst und Temperatur. Ernsthaft, jetzt heb doch ab, du dummes Flugzeug. Helikopter. Ich drück alle Tasten aus der E und die Inventar-Tasten. Da ist das Licht im Glück wieder ausgeschaltet. Es ist hier eine untere Taste. Wenn ich das Bagg jetzt auch wieder weghebe. Zurück zur Einflügel ins Licht. Ich drück gleich an, ich gehe gleich weg. Achso. Achso, mit dem Glück. Du musst mal schauen, mit welcher Tast du. Hast du das gerade gesehen? Er ist in der Bett gerannt. Und wir haben entdeckt, wie man das Funkgerät benutzt. Achso, egal, ich schließe es ab. Dafür braucht man aber einen Bazooka, der mit explodiert. Okay. Jetzt hast du dich angelockt. Äh, los rein und... Fliegt los, Pikachu! Na, 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 na. Warte, ich schaue, 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 schaue. Ich habe voll Kopfschmerzen, Manu. Kann ich hier einfach so BAM und der fliegt los? Keine Ahnung. Ah, nein. Vielleicht brauchst du noch mehr Öl. Ich hätte mir ein Auto nehmen sollen. Doch nein, ich muss mir den Kopfhörer verspenden, meine Batterie und so. Batterie hättest du gar nicht gebraucht. Damit hast du nur das Licht angeschalten. Da ist ein Sniper Tower. Da werden sie so, halt, um so ein bisschen Schiss, dass hier Monster sind. Gibt's nicht. Man ist hier. Aber Arrow 51 einfach mal gefunden. Den Parts werden sicher cool. Die schauen uns selber dann uroh oft an. Und dann werde ich dich vielleicht leiten. What the heck? The Dings by Actual Hack. Wie groß das Ding ist. Oh, schlechte Kleidung. Passt nicht in die Wüste, süß. Es passt nur in die Wüste, ey. Sie wüsste keine. Ich seh mal nach hinten. Nee, da, 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 da. Da rein wieder. Ich hab eigentlich auch nur meine Zahl verschwenden, oder? Den hat sie sehen. Aber ich hab voll Kopfschmerzen. Den hat sie Sniper Tower. Verschwenden. Du weißt, du weißt, du bist dafür einen guten Zweck. So eine andere. Unlimited Money. Hätte ja auch sein können, dass da ein Sniper war. Eigentlich ist das auch so. Das ist sogar Sniper Munition. Nehmen Sie. Soll ich? Nein. Der ist eigentlich nicht springen. Das ist kein Sniper. Das ist wirklich eine Sniper Munition. Ja. Du suchst dir einen anderen Turm. Den ganz großen. Das ist ein elektrischer Turm. Warte. Bitte gehen. Da. Der, der. Da kann man hoch? Nein. Oh, ich hab dir eine Leiter gesehen. Ne, es bringt nichts. Da oben ist nichts. Da kann man nur... Da, wo ist es draußen? So eine Gitarrenleiter. Vielleicht kann man da hoch und man... Warte. Du musst weiter probieren den Funk. Der. Oh, du Motherfucker, Alter. Ich hasse. Boah, das hat mich gerade so erschreckt. Ich hasse Wolken. Ich auch. Der hat mich gerade so erschreckt, Mann. Der hat mich gerade so erschreckt, Mann. Das hat... Äh, Z. So ist es, Z. Noch größer. Check. Ja. Wir brauchen jetzt nur kein Auto und dann haben wir das Spiel durch. Ja. Ganze haben wir. Wir haben Shotgun, Maschinengun, Munition für Shotgun, Munition für Maschinengun. Wenn man... Ich weiß nicht, Leiter. Nur für Sicherheit. Magna Schaden. Wo ist sie jetzt hier? Äh, ne, es macht mehr Schaden. Nö, es macht mehr Schaden. Und Schaden. Außer von der Nähe. Da ist Schrotflinte immer besser. Das heißt, jedes Kind. Nee, ich komm nicht mehr hoch. Den, 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 den. Den, den, den. Den, den, den. Den, den, den. Den, 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 den. 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 So, wenn ich jetzt hier unten der Achterkont. Back, runter. Also, wenn mir jetzt irgendeiner verfolgt mit einer Pistole, eine Munition, die ich am Headlight trifft und ich tot bin, ich schwöre euch. Rastos. Und der kann ich nicht einmal One Head trifft. Außer das ist so eine Rolle. Nee, da hast du auch einmal schießen müssen. Oder du hast ihn. 30 Mal. Nee, er hat, du hast ihn. Ich hab ein ganz Magazin, ich hab fünf Magazin auf den Körper gebraucht. Und, ähm, ein, ein Schuss auf den Kopf. Headshot. Ja. Das große. Was ist das? Sieht aus wie ein... Trichter. Äh, eine Eistüte. Und ein Langstück. Trichter. Vielleicht kannst du Infospielen? Ja. Trink das alles. Geh da mal hin. Vielleicht gibt's irgendwas Besuch. Ich hab nur Angst. Der hat dich nicht mal angegriffen. Das war kein Haustier. Das war ein Neuter. Doch, Bären verfolgen einen, aber töten einen nicht. Du fühlst dich hast ja gespielt. Ich geh nur noch in die Stadt. Mann. So erschreckend. Der hat mir nix getan. Und ich zuck schon das Maschine über und knall ihn ab. Doch, er wollte dich angreifen, nur halt... Er schlagt so langsam. Pssst. Und macht dir aber urwennig an. Ein Schuss, 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 schuss. Ein Schuss, schuss, schuss. Und er wird gestorben. Nee, das ist die Waffe kämpft. Die ist besser als... Die ist besser als... Die ist besser als... Die ist besser als... Die. Tschüss. Ich hätte sie genommen. Ganz besser für dich. Ich hätte sie genommen. Ach ja. Ja, du. Weißt du wie schwarz ist? Aber er hatte keine Munition dafür. Überhaupt. Oh shit, er ist so... Spring rüber. Lara Crofts Seil. Nee, 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 nee. Und die springt rüber. Jetzt spaut einfach Lara Croft. Ja, Lara Croft spaut auf einmal. Und sie gibt dir ein Seil. Nee, eine Enddatenpistole. Nee, eine Enddatenpistole. Nee, ein Helikopter, was... was bessere Steuerung hat. Dass sie... was fliehen kann. Überhaupt. Weißt du, dass es hier auch Seilbahnen gibt? Nein. Hä? 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 Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Wie ist das denn? Mach ein Tapio. Dann kommst du jetzt nicht mehr rüber. Da ist hier auf einmal so ein Strich über die Zürich. Die Seiten. Da, na, na, na. Wie waren wir denn hier schon auf? Acht Minuten. Acht. Acht. Könnte funktionieren. Ja. Ohne irgendwas. Oder braucht man Gas. Oder Gas. Kaputt. Nee. Geh mal... Geh mal genauer hin. Ich kann nicht so genau beruhen, weil ich weiß es. Welche kaputt. Was? 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 Wenn du Gas hast, geht's? Kann du nicht so mal rein, sagt Richard? Doch, mit Gas repariert sich wie das Terminator Auto. Nee, 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 nee. Ich brauche halt wieder Gas. Ich dachte, ich glaube, ich habe da gerade Gas am Boden gesehen. Wo? Ach, hinter dir. Wie? Das ist gerade dick. Ähm, du solltest mal das Fleisch essen. Das ist roh. Ja, aber trotzdem kann man es essen. Ist gut. Ich will ja wie warm aus. Jetzt hast du so viel Durst, weil du warm aus gegessen hast. Und deine Temperatur... Wie ist das mit dir schon wieder essen zu tun? Wieder zehn Minuten. Die Zeit vergeht wie im Flug. Ja, wenn du es krankst. Hast du? Ja, weißt du? Ja, weißt du. Echt? Du musst halt genau warm uns essen. Da ist es noch trocken. Ja, trocken. Und das Fleisch habe ich auch schon mal getappt. Ich habe kein Durst, weil es saftig ist. So saftig ist es nicht. Ja. Aber es ist unlogisch. Wenn man ein Tier abknallt, lasst es kein Fleisch fallen. Jedenfühl. Boah, ich habe mich gerade voll erschreckt. Wegen dem Geräusch, als wäre noch jemand hier. Das muss eigentlich durchschneiden. Wenn ja, hätte ich ihn sowieso auch geknallt. Aber wenn er die Bazooka hat. Ja, gut. Der kann ich auch haben. Nee, er macht die One-Hit. Nee, Bazooka. Dann... Dann... Und man kann hier auch Macheten und so finden. Ist Machete besser als eine Schusswaffe? Nee, weil eine Schusswaffe ist aus einer Fernung. Aus einer Fernung. Besser als die Shotgun. Weil die macht One-Hit. Ja, die Machete? Ja. One-Hit? Ja. Halt fast One-Hit. Er hat nur noch so bisschen Leben. Die kann man mit einem Schuss dann wegnatzen. Vorher Zeug? Ja, damit kann man sich ein Lager vollbauen. Mit Holz. Mit Holz. Und bei Temperatur... Da kann man sich irgendwie was craften. Bei Temperatur... Hey, warte! Kannst du es vielleicht benutzen? Und dann wirst du... Geht die wärmer. Select item. Okay. Prendes... Prendes Steak! Ich hab's denn gegessen. Wow. Ein Stück hast du gegessen. Ja, herrlich. Boah, ich hab gedacht, dass der draußen Flieger... Nein. Ich dachte gerade, dass er ein Cheeseburger ist. Ich sagte gerade, dass er ein Cheeseburger ist. Ich hab's gesehen. Da sind Autos. Und da drin funktionieren. Ja, 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 das sind Autos. Das sind Autos, das funktionieren, weil da eine Autobatterie mit 100% ist. Da drinnen? Nein! Wir sind gleich wieder da. So! Gut! Hier! Hier ist doch! Hier bist du doch! Das war uns! Ja! Wo war ich? Wo war ich? Wo bin ich irgendwo? Links oder rechts? Hier! Du bist ja erst mal ins Haus reingegangen. Da ist ja ein Lappelentang jetzt. Nein, nein, nein! Du bist dann wieder rausgegangen. Du musst mich schauen. Dann bist du... Dann bist du... Nein, nein, nein! Ich dachte, ich kann hier noch hin. Ich bin hier wieder gegangen. Nein! Hier ist der Turm! Wo? Hier da! So! In diesen Bäumen! Das ist gelbe! Ja, da ist der Turm! Da ist der Turm! Da ist der Turm! Da ist... Da ist alles aus! Sind die Läufe? Ja! Cool! Das ist schön! Ich hätte da noch mit den Zott gehauen. Weil davon habe ich halt den meisten Unzer. Aber doch mit Maschinen wieder! Weil das ist stärker! Ja! Du hast nur... Du hast 13... 17... Fuck! 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 Das haste ich! Ja, du Schiss! Sniper! Geh zu ihm hin! Der hat nur eine Schrotflinte! Ich weiß auch nicht, wo er hieß! Das ist das Problem! Der hat mich gesehen, aber ich ihn nicht... Er hat einen Waffen! Ja! Nein! Dann! Nein! Der hat eine overpowered Schrotflinte! Nein! Das ist die stärkste Schrotflinte, was es gibt! Nee! Mist! 14 Minuten! Soll ich noch eine Runde starten! Oha! Kommt aber noch die overpowered mit drin! Nein! Nee! Ich hätte in dieses Jahr nicht reingehen sollen! Die overpowered nun da! Ich bin ein Autowachmann! 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2! Der hat eine Unzi! Mit Munition! Der hat eine Unzi! Du hast ihn leider! Das ist der... Da, das ist die Shotgun! Was er hat! Die macht One Hit! Ich hätte weg! Er hat... Du hattest eh gerannt! Er ist nur schneller gewesen! Er hat dich erschossen! Schwiass! Cool! Das war eine neue... Ich klapp! Wow! vierzehn Minuten können denn schießt das war's für diesen Part sehr traurig ich bin gestorben aber egal gibt es da da haben dann auch um es ist nächstes Video tschüss